Hallo und es kommt zu dieser kleinen Livestream Ankündigung. Heute Abend ab 20 Uhr auf Twitch. Link ist in der Videobeschreibung mit dabei. Wir werden von 20 Uhr bis 21 Uhr LS15 spielen und von 21 bis 22 Uhr noch ein bisschen Dead by Daylight. Würde mich freuen, wenn ihr heute Abend einschalten würden 20 Uhr auf Twitch. Link in der Videobeschreibung. Bis bald, euer Feuer Just. Tschüss.